Wir haben dieses Jahr ein Friedensprojekt gegründet und zwar geht es darum, dass wir für andere Menschen da sein wollen in der Zeit des großen Erwachens. Zu diesem Zweck haben wir ein Portal ins Leben gerufen für sogenannte Veritas-Begleiter. Veritas bedeutet Wahrheit und wir haben dieses Portal ins Leben gerufen. Gibt es hier irgendwelche Veritas-Begleiter im Raum? Aufstehen bitte. Aufstehen. Das sind Menschen, die zu anderen Menschen da sein werden, wenn das große Erwachen kommt und die haben meinen tiefsten Respekt. Danke, danke, danke dafür. Carsten und ich werden 2023 noch ein paar Termine machen. Wer Lust hat, wir sind in Siegen, in Glücksstadt, in Herzberg. Merkt ihr was? In Salzburg und Luzern. Schaut auch gerne auf die Seite www.friedensprojekt.info und seid gerne mit dabei. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. 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 Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.